Glaube ich Spinner. Wirklich, ich habe den überhaupt nicht gesehen, Menno. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst Disney Infinity 3.0. Ich bin hier im Playset von Alles steht Kopf. Ich bin als Team Kummer unterwegs. Jetzt haben wir jetzt hier noch die Funken ein. Und dann schaue ich mal, was der Level so zu bieten hat. Und zack. Und dass ich ihn dann erreiche. Ich versuche wieder so viel wie möglich einzusammeln. Ob ich alles erwische, kann ich natürlich nicht versprechen. Aber ich werde mein Bestes tun. Ich habe jetzt auch, bevor ich aufgenommen habe, tatsächlich mir mal alle Charaktere geschnappt und überall die Punkte verteilt, die noch da gewesen sind. Weil ich das während ich spiele ganz oft vergesse. Ich weiß nicht, geht dir das auch manchmal so, wenn du dann so Punkte zu verteilen hast? Ich vergesse das dann irgendwie immer. Also ich weiß auch nicht so genau. Mal gucken, wo weht der denn lang? Da weht er lang. Wirbelstürme bringen immer Zerstörung und Chaos. Und sowas macht mich immer ganz traurig. Ja, aber dich macht ja alles traurig. Kummer, du bist ja auch Kummer. Da muss man traurig sein. Huch. So, jetzt die Grünen. Ich würde wetten, die flutschen da nach oben. Ob ich sie alle erwische, ich kann es wieder nicht versprechen, ne? So. Oh nein, jetzt ist da hinten einer, siehst du. Und ich habe gedacht, ich bin geschickt und fliege da. Da mache ich einen Fernkampfangriff. Badell. Das müssten sie gewesen sein. Ey, das ist ja die heutige Folge startet. Aber du, ich sag's dir. Oh, na toll, wie soll ich da denn rüberkommen? Na, das ist doch schon wieder gemein. Nein, nein, aha, na, das war ein Sack mit X, ne? Würde ich sagen. Ja, wie soll ich da? Hm, pass mal auf. Und rüber. Und wow. Yay, geschafft. Also immerhin im zweiten Anlauf, ne? Das ist ja nicht so schlecht. Guck mal, wenn ich den jetzt mitnehme, dann kann ich nicht springen. Wenn man diese kleinen Figuren trägt, dann kann man nicht springen. Das heißt, ich muss mir hier sichere Wege suchen. So. Lauf, 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 lauf. Ach, da kann ich ja auch nicht springen. Da muss ich jetzt erst mal den Arbeiter in der Station abliefern. So, bitte sehr. Ähm, ich möchte den Strohhalm hochspringen, bitte. Danke. Weil, ich habe gesehen, hier sind Luftballons. Und ich nehme auch gerne die blauen Funken mit. Ich habe nämlich in der letzten Zeit ein bisschen für mein Toybox-Hub Sachen geholt. So Möbel und so. Für die Einrichtungsvideos brauchte ich da einfach noch einige Sachen. Und das kostet ja dann doch immer so den einen oder anderen blauen Funken, ne? Das muss ich ja schon sagen. Und deswegen nehme ich die jetzt natürlich auch sehr gerne hier wieder mit. So, da geht es auch hoch den Strohhalm. Einwand frei. Das sieht schon sehr schön aus hier. Ich bin gespannt. Man kann ja für den Toybox-Hub auch immer aus den Play-Sets dann... Oh, da wollte ich nur nicht hinschießen. Immer Sachen freischalten. Und es gibt auch von allen steht Kopf so Schmetterlinge und Blumen und so Deko-Sachen halt, ne? Die man da für die Häuser machen kann. Aber die habe ich alle noch nicht frei. Ich glaube, da muss ich das Spiel erst komplett abschließen. Nein, du kommst damit klar, Kummer. Ich bin ganz guter Dinge. Hier ist erstmal ein Brokkoli. Hier, was ist das denn? Bäm. Weg ist er. So, jetzt möchte ich hier... Genau. Und Funken. Lebendiger, knurrender Brokkoli. Oh, 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 nein. Oh. Autsch. Jetzt ist es aber langsam mal unhilflich. So. Ich glaube, ich spinne. Wirklich, ich habe den überhaupt nicht gesehen, Menno. So, jetzt ist da drüben noch ein einsamer Luftballon. Guck mal. Und da kann ich gleich meine grünen Funken wieder auffüllen. Haha. So. Der Brokkoli kann mir gar nichts. Ah, nein. Jetzt ist da mit Gewitterwolken und... Oh Gott, ich sehe schon. Das wird ein Spaß, ey. Na gut. Also, drückt mir die Daumen, dass ich da drüber komme. Wetten werden jetzt noch entgegengenommen. Oh nein, ich habe einen Luftballon übersehen. Na, das geht nicht. Aua. Oh nein, Grüne. Der wird wahrscheinlich... Warte mal. Also, ich vermute mal, dass... Ich muss da so lang laufen, oder? Ich vermute es einfach. Auf geht's. Schnell. Hoffentlich... Ah ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist sie schnell genug. Aber mit Angst wäre das ja eh nicht gegangen. So. Weil mit Angst werden mir ja die Wolken eingebrochen. Von daher... So. Jetzt ist hier noch... Ach, guck mal, die könnte ich noch kaputt machen. Aber jetzt muss ich den Einluftballon hier... Den muss ich mir noch schnappen. Also, es nützt mir als nix. Oh. Oh oh. Ich hoffe, ich stehe hier sicher. Ein Luftballon ist da jetzt noch. Jetzt warte ich die nächste Gewitterdings da drüben noch ab. Genau die. So. Und hier wieder rüber. Und jetzt muss ich mal gucken. Der weht das weg. Das heißt, ich muss da rüber. Ach, das ist ja auch gemein. Oh. Ist das knapp, ey. Ich kann sowas doch immer nicht so gut. Ich, ähm... Ja, ich bin sowas immer nicht so toll, weil... Ah. Weil ich verspring mich dann immer... Ich schätze dann die Entfernung leider zu oft falsch ein. So. Ja, ja. Geh weg, du Brokkoli. So. Gut. Die Luftballons nehme ich noch mit. Und die da vorne auch. Und die grünen Funken brauche ich gar nicht. Ich habe gar kein Leben verloren. Guck mal, und da ist schon ein nächstes Blümchen. Blümchen, 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 Blümchen. So, der verwandelt mich jetzt in was anderes. Könnte er. Hat jemand eine Verwandlung nötig? Brauche ich aber nicht machen, weil ich habe ja alle Charaktere. Ich vermute nur, dass ich hier dann was Spezielles brauche. Ich weiß natürlich noch nicht was. Aber ich gucke da gleich. Ich sammle jetzt hier erstmal ein. Was ist denn hier alles? Hier sind nochmal Luftballönchens. Badam. Badadadam. Badam. So. Ah, und da oben ist eine Wolke. Piam. Ah, ich hätte eh Koma gebraucht. Schau. Ich glaube, ich kann den Wind steuern. Oh, wie süß. Geh. Hoffentlich puste ich niemanden weg. Nein, du pustest niemanden weg, Koma. Das hast du ganz toll gemacht. Ach Gott, ist das goldig auf der Wolke. Ist es goldig. Ja, jetzt habe ich die Gedankenbirne. Das ist natürlich sehr cool. Jetzt darf ich im Laufe des Levels, falls du das Spiel nicht kennst, wenn das das erste Mal ist, dass du reinschaust, jetzt darf ich nicht mehr sterben. Das heißt, ich darf nirgends mehr runterfallen oder sonst irgendwas. Sonst verliere ich die Gedankenbirne nämlich und wenn ich die verliere, dann ist die weg. Dann kann ich die nur holen, wenn ich den Level nochmal spiele oder zurücklaufe halt. Und, oh oh, und ich kann ja immer so viele Sachen nicht so toll. Oh, wie trau. Ich frage mich, wo die Merkarbeiter sind. Ich brauche dringend ihre Hilfe. Von den Merkarbeitern. Ja, pass auf, jetzt gehe ich erstmal hier rüber. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich laufe ganz vorsichtig, wie du siehst. Weil ich möchte natürlich jetzt nicht in den Abgrund fallen mit meiner Gedankenbirne. Das wäre ja doof. Zack, 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 zack. Ah, hier ist schon mal die Erinnerung. Das ist gut. Mitnehmen. Und, oh, das ist aber auch hier eine enge Kiste, Mann. So, die muss da unten rein. Und rein hier. Ach, da ist der Merkarbeiter. Hallo. Ja, ich brauche dich da oben. Du kannst mir sehr wohl helfen. Guck mal. John. Schau mal, ich brauche dich hier. Kannst du das mal anmachen? So, ah, da kommen kleine Wölkchen. Da muss ich rüber. Und dann muss ich da rüberspringen. Na, das wird ja ein Spaß, wa? Oh, 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 oh. So, jetzt abwarten. Also, jetzt verzichte ich dann gegebenenfalls auch auf die Balance. Oh, oh, oh. Weil lieber verzichte ich auf die Balance und habe meine Gedankenbirne noch. Ob, zack. Na, wie soll ich da denn hochkommen? Jetzt hüpfe ich erst mal hier lang. Oh, nein. Oh, Gott. Jetzt heißt es wieder Daumen drücken, bitte. Alle Daumen, die du hast, bitte. Und nein, was ist da drüben noch? Kann ich die von hier nicht abschießen? Oh, muss ich da jetzt echt? Komm her, ich versuch's. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Juhu. So, und jetzt aber. Jetzt muss ich gleich nur sicher zurückkommen irgendwie. Gut. Und zack. Oh, 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 oh. Der bleibt mir fast das Herz stehen. Wenn das so knapp ist. Und jetzt hier hoch. Oh nein, da oben sind so Sumpfdinger. Das ist gemein. Oh, 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 oh. Kann ich hier? Ähm, 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 ähm. Nein, ich wollte... Ja. Hoffentlich hilft das. Spezialantacken. Oh, oh, oh. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ach so, die Luftballons hier noch. Drei Stück könnte ich eigentlich noch holen, aber da muss ich wieder hoch springen. Eigentlich ist es mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, das lasse ich und verzichte darauf, alle Luftballons zu nehmen. Oh, wie traurig. Oh, ja. An dieser kleinen Arbeitsstation steht gar kein Arbeiter. Ja, ich gucke... Da braucht man mal Hilfe. Ich gucke mal, ob ich von... Da oben steht einer, ich sehe schon. Vielleicht kann ich den dann dahin tun, wenn ich da lang muss. Aber ich glaube, das geht eh in die andere Richtung weiter, oder? Muss ich nicht eh hier lang? Ja, sieht so aus. Und ich muss aber, wenn ich das richtig sehe, den jetzt da drüben hinpusten lassen, oder? Muss ich das von hier aus machen? Ja, okay. Oh, nein. Und natürlich genau rein. Oh, ich habe es. Oh, Gott. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Hätte ich doch bloß Zeit, mir ihre Probleme anzuhören. Ist das alles nicht so leicht. Aber diese Bösewichter müssen verschwinden. So, jetzt also. Jetzt nehme ich Wut. Wut. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jemanden, der über Lava gehen kann. Das kannst nur du schaffen, Wut. Sehr gut. Oh ja, ich mache mit. Kommt der hier hin? Aua! Der ist ja gemein. Komm sofort her! Gut. Hier hin? Oh gut. Ich hatte schon Sorge, dass meine Reise endlich vorbei ist. Prima. Sehr schön gemacht, Wut. Ich bin sehr stolz auf dich. So, jetzt husche ich hier nämlich schnell hoch. Weg vor dem Stier. Und jetzt ist die Frage, wo muss ich für die grünen Ballons hin? Ah, die sind gar nicht auf dem Lava. Schau mal. Aber ich erwische sie ja eh nicht alle. Ich habe jetzt schon so viele nicht gemacht. Oh ja. Oh nein, jetzt kommt schon. Oh nein. Ach, ist egal. Dann ist egal jetzt. Ist da drüben, ist da hinten schon das Ziel? Ich glaube schon. Ich muss jetzt wieder Kummer nehmen über die Wolken. Sonst wird das hier mit mir nix, so. Dann ist sie weg, meine Gedankenbirne. So. Oh oh. Oh, wo geht es hier noch hoch? Ach so. Hier sind noch Funken. Naja gut, die brauche ich jetzt nicht. Auf geht's. Ich gucke jetzt hier vorsichtig. Also hier stehe ich noch sicher. Dann weht da sowas. Das heißt, da vorne, wo die zwei Luftballons sind. Hier bin ich sicher. Hier, 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 hier. Oh oh. Jetzt muss ich da ganz rüber. Ach du guter Gott. Jetzt warte ich ab. Das fliegt vorbei. Da muss ich ganz rüber. Das ist aber weit. Oh Gott. Irgendwann, ne? Bleibt mir echt das Herz stehen in diesem Spiel. Wenn das immer so knapp ist. So. Da hinten, wo die Luftballons sind. Da bin ich sicher, glaube ich. Ja. Hinten bei den Luftballons. Ja. Geschafft. Sehr schön. Jetzt hier rüber. Das schaffe ich ja wohl. Oh Gott. Du schießt aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. So. Ach. Muss der da drüben mit hin? Muss ich den da mit rüber nehmen? Oh nein. Ach du guter Gott. Das heißt, ich kann jetzt nicht springen. Na, das wird was geben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich schaffe es. 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 Jetzt warte ich wieder ab. Oh nein. Zu lange gewartet. Und biaun. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Und jetzt hier warten. Und rüber. 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 Und rüber. Rüber. Und ab. Kann ich den mal hier erstmal abstellen, bitte? Danke. Und jetzt geht alle weg. Ihr seid echt doof und gemein. Bitte sei nicht so traurig. Das ist mein Job. Ha. Spezialattacke. Hilft halt immer, oder? Huh. So. So. Alles klar. Alles klar. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe die Gedankenmünne bis hier geschafft jetzt schon. Ach guck mal. Und hier ist der Level schon zu Ende. Cool. Ich freue mich total. Auf geht's. Auf geht's. Juhu. Luftballons fehlen halt echt viele jetzt. Aber ich habe zum Schluss die ja auch stehen gelassen. Weil ich gesagt habe, ich lasse das jetzt. Also. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir das durch ein himmlisches Däumchen zeigen. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, kannst du mich ganz kostenlos abonnieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakash.